Haupt-Item, das weiß ich natürlich nicht. Bogen haben wir ja schon. Keine Ahnung, was es hier geben könnte. Muss ja irgendwas Gutes sein. Hm. Hmhmhm. Keine Ahnung. Oh. Oh, Mann, ey. Ich finde die... Dieses Augenteil ist voll schwach. Es trifft mich nicht. Okay, es hat mich doch getroffen. Das war jetzt aber ein bisschen blöd. Äh, nein, so, jetzt. Safe, continue. Alles klar. Hör auf. Du bist ein scheiß Auge. Und du bist noch ein scheiß... ...sariss...sariss...Auge. Stirb. Ey, das gibt's doch nicht. Egal, jetzt. Dieses Schwert ist sowas von schwach. Ich hasse es. Oh, du nervst. Oh, Herz. Herz. Oh, danke. Ah. Alter. Chill mal, Auge. Was? Das kann er durchtreffen? Das ist doch voll der... Ey, ich glaub's nicht. Schnell durch hier. Na toll, jetzt bin ich wieder an der gleichen Stelle und bin so gut wie tot. Das auch noch. Okay, ich muss doch vorsichtig sein. Und tschüss. Ja, was ist drin? As you got the power glove. Oh, Krafthandschuhe. Stimmt. Damit können wir jetzt Steine hochheben. Ist das nicht toll? Wow. Ich bin echt überrascht, dass wir jetzt endlich Steine hochheben können. Ich wäre fast vor die Linse gesprungen. Das wäre nämlich blöd gewesen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Ach, Kraftarmband. Ist doch richtig cool. Gib mir ein Herz, bitte. Hm, die Landen sind doch nicht stärker. Da wundere ich mich, aber egal. Tot. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, nicht das schon wieder. Gut, das wird jetzt automatisch gesaved. Das heißt, wenn ich sterbe, bin ich automatisch hier. Und dann kann ich mal sehen, ob hier irgendwo ein Herzhell ist. Tatsache. Und das führt uns nicht auf. Wie scheiße ist das denn? Ey. Du dummer Geier, ey. Safe and Continue. Was? Wieso? Oh, fick dich, Spiel. Wieso muss ich wieder von hier starten, ey? Das ist doch doof. Weil ich nicht im Tempel war, wahrscheinlich. Geil. Jetzt können wir solche Steine hochheben. Oh, scheiße. Ich habe vergessen. Rot ist noch stärker als... Blau und ich bin schon wieder gleich tot. Hä? Wo bin ich hier? Ach, scheiße, ey. Ach, scheiße. Natürlich hier von meinem Haus. Ach, scheiße. Jetzt habe ich schon wieder die Kirche angegeben. Oh, ich bin so doof. Ich lasse mich töten. Los, bring mich um. Bam, bam, bam. Bubi, 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 Bubi. So tot. So, und jetzt von meinem Haus. Hopp 1, 2, 4, in. Ja? Gut, endlich. Ich glaube... Ja, doch, haben wir. Nicht, dass die Item dann irgendwie verfallen. Keine Ahnung, warum. So. Stirb natürlich. Aua. Hört oft mir immer weh zu tun. Stirb, 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 stirb. Oh nein, solche Teile hasse ich. Und darunter ist nichts. Na gut. Hier vielleicht... Ah. Hey, hier ist eine Hülle. Ey, was habe ich jetzt gemacht? Ja. Gib mir Energie. Bla, bla, bla. Dumme Fee. Die ist irgendwie unnötig. Aua. Wieso trifft der mich immer? Ich habe nur ein bisschen vorgespult, ey. So ein Scheiß. Ich hoffe, ich habe wenigstens noch den Master-Schlüssel. Was? Es kotzt mich gerade sowas an. Mann, ey. Scheiß Spiel. Oh. Warum trifft mich dieser verdammte Scheiß-Geier, ey. Aua. Alter. Jetzt sind zwei auch noch da. Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Pinkel dich. Ah, endlich. Jetzt schnell im Tempel, weil... Da wird es automatisch gesaved, glaube ich. Ich probiere es aus. Töte mich. Ja. Sage ich doch. Geht doch. Alter. Nein, das wollte ich nicht. So schnell durch. Soll ich trotzdem nochmal kurz raus? Hier. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt umgebracht werde, aber ich will hier mal rein. Was ist hier? Ah. Das kenne ich noch. Hä? Mann, ey. Na gut. Geh doch einfach weiter, du dummes Auge. Lass ich das jetzt mal mit Vorspuren. Ich warte einfach. So müssten sie mich eigentlich nicht treffen dürfen, oder? Hä? Keil. Vervorspulen. Zack, 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 zack. Jetzt kann ich durch. Und brauchen Schlüssel? Scheiße. Ah, hier. Juhu. Okay. Hier muss ich nur diese Teile umbringen. Das ist ein Anschein. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Stirb und stirb. Das war es jetzt auch. Okay. Stirb. 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 Oh, Mann, ey. Ups. Was? Wo bekomme ich jetzt den Schlüssel her? Sieht ganz aus, als ob ich hier ein bisschen anzünden müsste. Ne, doch nicht. Gut, mit anzünden hat es nichts zu tun. Ah, stirb da hinten. Gut. Neu, 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 neu. Was, wir sind schon beim Entgegner dann? Brauchen wir einen Schlüssel? Na gut. Wir haben ihn. Na gut, das wäre jetzt zum Beispiel gar nicht so schlecht. Stimmt, das muss jetzt anzünden und dann verschiebt sich die Wand. Puh, der zweite Entgegner. Der ist schon schwieriger. Weil ich kann mich noch erinnern, dieser Wurm. Äh. Diese Würmer, die sind schon heftig. Diese Erdwürmer. Und dann im dritten. Oh nein, da bin ich immer runtergefallen. Also, egal, jetzt kommen erstmal die in so einen kleinen Raum. Ist ja peinlich für die. Neu, neu, neu. Okay, ich glaube, ich muss sie schlagen. Und muss aufpassen, dass... Wenn sie raus springen, springt ja so ein Quadrat, sag ich mal, raus. Ein Quadrat von Felsen. Die in jede Richtung... Äh, 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 abprallt. Da muss ich vorsichtig sein, ne? Ich will dich treffen lassen. Boah, boah. Und später werden es eben noch mehr. Das ist die Schwierigkeit. Und jetzt wurde ich schon getroffen. Ich lege einfach ne Bombe mal hin. Nein. Ne Bombe... Oh, das war die letzte deswegen. Ich schaff's glaube ich nicht. Scheiß, bin gleich tot. Ich hab nur nicht mal einen umgebracht. Jetzt aber und... Hm, was? Die sterben ja nie! Immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Äh, äh, äh... Immer noch nicht tot. Noch nicht mal... Äh, noch nicht mal einer. Na gut, das war es jetzt wirklich. Ja, das war es. Ich hole mir jetzt Elixier. Ich lasse mich jetzt extra töten. Dann kann ich hier von meinem Haus aus starten. Das geht etwas schneller. Jetzt... ...weiß ich, wer mich erwartet. Welche Gegner. Ich renne jetzt einfach mal schnell. Ich glaube... Ne, hier war es Truenspiel. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich es kaufen konnte. Dann muss ich ins Dorf zurück. Zu dem hier. Nicht. Zu dem hier. Ja. Blablabla, gib mir das einfach her, hier. Danke. Danke. Okay, mehr Geld habe ich hier nicht. Wie ich mich jetzt zurück teleportieren könnte, wäre es nicht gerade schlecht. Ich würde es sogar machen. Das stört jetzt. Ein Herz. Ein Herz. Und ich habe ja... Ich glaube... Drei Flaschen. Ne, nur zwei. Achso. Hätte ich je... Äh... nicht nur eins kaufen können. Nicht noch eins kaufen können.